Ey, das ist nicht der Ernst des Spiels, oder? Hallo und herzlich willkommen zurück. Das ist nicht der Ernst des Spiels. Ich muss tatsächlich hier runter, da unten links, muss ich entlang und ich muss tatsächlich nach unten mit diesem Doppelsprung machen. Ey, Alter, das ist so schwer. Das packst du nicht. Das Spiel ist arschwer. Ich spiel's auf normal, Leute. Also, wenn ihr Bock auf ein richtig schweres Spiel habt, dann kauft euch das hier. Oh Gott, und ich hab mir alle Teile gekauft. Was hab ich mir dabei gedacht? Bin ich denn blöd? Ja, ich bin blöd. Oh Mann. Doppelsprung. Doppelsprung, yeah. So funktioniert's. Habt ihr es gesehen? Es ist echt ein Ernst des Spiels. Besteht darin, mich zu verarschen. Nee. Ich glaub, so ist okay. Nein, so war nicht okay. Alter, ich muss doch springen. Ich weiß, ich kenn den, äh, Trick noch nicht. Ich weiß nicht, wie der geht. So ist es nicht geschehen. Halt's, Maul, du Penner. Du Wichser. Das Problem ist, es gibt nicht mal Quicksaves. Ich darf den ganzen Scheiß nochmal machen. Hey, Prince of Persia 2008 mit diesen Comic-Stylen. Das Comic-Like, ne? Das ist wesentlich einfacher zu spielen als dieses Spiel. Auch wenn da übel, wenn da immer Bosse waren. Das Spiel ist sauschwer. Alter, dieses verfickte Fuck, fuck, fuck. Das fängt schon wieder an. Alter, willst du Kack-Kapper? Nein! Lauf, 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 lauf. Wie macht er das? Wie schafft er das? Scheiße! Wie mir so viele, äh... Alter, wie... Alter, ach, leck mich doch im Arsch, ey. Ne, jetzt muss ich sterben. Ey, warum macht er diesen Wandlauf nicht mehr? Warum macht er diesen Wandlauf nicht mehr? Ja, sterb schneller, du Penner. So war das nicht. Wenn sich jemand von Ubisoft das, äh... Spiel hier anschaut, ne? Tut mir leid, dass ich das Spiel so zerrage, aber... Ich muss den Wandlauf üben. Wie macht man das? Die Spezial-Aktionstaste. Leck mich fett weg. Ja, hör auf zu schlagen. Lauf! Okay, ich hab's dazu gelernt. Jetzt werde ich erstmal fünfmal den Sprung verkacken. Ich speichere am besten nochmal, aber ich habe nämlich mit wenig Leber... Leber? Mit wenig Leber gespeichert. Ja. 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 Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Meine Frisse, ey. Ey, das ist der Wahnsinn, wie schwer das Spiel ist. Echt? Wenn ihr Herausforderungen liebt, dann spielt dieses Spiel. Das kann ich echt nur empfehlen. Ich glaub, das tat ein bisschen weh, oder? Was meint ihr? Was habt ihr gefühlt, als er den erdeulcht hat? Ich war einfach zu weit unten abgesprungen. Oh je, oh je, oh je. Jetzt beginnt das Ganze nochmal. Ich muss übrigens die Richtungstassen drücken. So, nochmal. Zack. 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 Ich hab's raus. So, und jetzt hier. Das war genau richtig. Und warum hat er gerade die Spezia-Aktionstaste nicht benutzt? Ich hab' ich überseh' nicht Wandlauf gemacht. So. Die Folge ist, wie fang ich an zu schwingen. So nicht. Die Spezia-Aktionstaste, ne? Ja. Oh, ich bin in Sicherheit. Zumindest vorerst. Ich bin hier oben. Ja. Dort unten ist ein großer Balkon. Kommt, ich zeige ihn euch. Echt? Wo? Da. Ja, das sieht man fallen. Ach, du kannst hier ja locker runterflocken. Da oben ist ein großes Balkon. Und das wird jetzt... Hier bin ich. Das wo? Bleibt dort. Ich komme zu euch runter. Ähm, wie war das nochmal? Ja. Sand. So, die Frage ist... Kann man das kaputt machen? Ne. Kommt, wir zu euch runter. Gut, also ich hab' jetzt dazu gelernt, die Spezia-Aktionstaste ist in dem Fall tatsächlich mein... Ja, er kann nicht springen, das ist gut. Ich weiß, wo ich bin. Dieses Tor führt zu den Bädern. Findet ihr den Weg dorthin? Klar, der Weg von hier zu den Bädern sollte leicht zu finden sein. Gut. Ich treffe euch dort. Ich bin schon unterwegs. Benutzt, bewegen... Wie heißt die? Ich frage einfach das erste Sandmonster, das ich treffe. Könnt ihr mir den Weg zu den Bädern weisen? Vielen Dank. Pst, nicht weitersagen. Zu meinen Lebzeiten war ich Bademeister. Ich treffe euch in den Bädern. Sie gibt mir Befehle wie einem Diener. Ich bin selbst schuld. Frauen muss man von Anfang an zeigen, wer das Heft in der Hand hält, oder sie wickeln dich um den Finger. Ich war zu nachsichtig. Vielleicht, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Das hat jetzt ein Ende. Jetzt kommt sie an die kurze Leine. Vorausgesetzt, ich finde sie. Ja, ja. Um den Wickerfingeln. Wickerfingeln. Um den Wickerfingeln. Was? Ich würde auch gerne mal was fingeln. So. Ähm. Ich hätte gerne das Schwert gedückt. Ich kann nicht mehr sprechen. Was ist los mit mir? Kommen die Viecher auch mal zu mir? Oh Gott, ich muss die aufbären. Wo, 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 wo. Ui. Ab in den Speicherpunkt. Oh, nie wieder die Stelle, ey. Danke. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Das zählte schon als 2%. So heftig ist das Spiel drauf. Da steht er wieder. Dead what she said. Ähm. So, wie komme ich hier runter? Einfach so. Wow. Das war knapp. Das war schon ein Tod. Okay. Ach, der hätte ja einfach hier reingehen müssen. Ich bin ja blöd. Zum Henker. Die Ich-Perspektive, äh, macht einiges wieder wett. So, ähm. Frag ich jetzt, wie komme ich denn da hoch? Ich habe Angst, dass sie einen angreifen. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ja, geh mal da rüber. Du musst sogar da rüber. Zack. Ne, zu hoch. Gut, der stürzt nicht direkt ab. So, ist die Frage. Lass ihn mal nach rechts fallen. Spring ab. Oh, ah, gut. Gut, reicht, 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 reicht. Schwert. Du, 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 du. Die soll ich, die sollen mich angreifen. Die sind zu hoch für mich. Gut, äh, Lichtschrein war irgendwie da hinten. Sand. Ich glaube, ich habe mehr kriege ich gerade. Das ist gut. Es kann natürlich sein, dass ich oben kämpfen muss, ne? Ich halte, ich traue und spiele mittlerweile alles zu. Hm. Wie ich da hochkomme, weiß ich im Moment noch nicht. So, dann geht es hier entlang. Offenbar nirgendwo, außer zu diesem Punkt. Boah, das wird wieder so kompliziert. Ich muss auf jeden Fall jetzt einen Punkt finden, wo ich nach oben kann. Okay, ich glaube, hier kann man nach oben, ne, oder? Ne. Ich muss wieder nach oben. Da komme ich nicht so einfach auf. Ne, da nicht. Gott, jetzt muss ich ja noch einen Weg nach oben suchen. Das war aber nicht so, das ist nicht geplant. Ne, das ist, so geht es nicht. Natürlich auch hier. Ne, dann bleibt er hängen. Oh Gott, wo geht es nach oben hier? Ne, ich kann hier natürlich versuchen, hochzuklettern. Aua. Steuerung. Kamera bitte. In die externe, so. Danke. Falsch. Ich muss das von außen sehen. Ne, ich spring eigentlich nicht von oben nach unten gerade. Mensch, wie komme ich da wieder hoch? Hier vielleicht. Wird der Sinn ergeben. Das war ein Fehler. Naja, hätte ich eigentlich... So. Ich muss jetzt hier nämlich... Ich muss nämlich mit den... ...Richtungstasten, also mit dem Bewegen, mit dem Bewegungsknüppel... ...muss ich das Gleichgewicht halten. Das ist nicht ganz einfach. So. Ja, lass dich fallen. So. Zack. Ne, runter darfst du noch nicht. Nö, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie man blockt, ey. Das ist klasse. Wer soll sich nicht ablenken lassen? Das ist doof. Ne, ich muss jetzt nicht ablenken lassen. Und, hab ich's geschafft. Ich weiß immer noch nicht, wie man bockt. Gut, ich geh mal von einem Jahr aus. Ähm. Nee, ich muss anscheinend hier entlang. Ja, korrekt. Dahin muss ich. So. Ja, das ist okay. Ich glaube, es darf so schwingen. So. So. So, geschafft. Und jetzt Zug. Ah, ne Leiter gibt es jetzt. Darf ich ne Leiter nehmen? Das ist gut. Dahin. So, hier jetzt auch nochmal. Einmal. Zack. Äh, zack mein ich. Oh Gott, der Käfer. Ich hätte gerne ne andere Steuerung, bitte. Nein, 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 nein. Ah, so bockt man also. Gut, ich weiß jetzt, die Steuerung kommt. Gut, ich weiß jetzt, die Steuerung ist, die Steuerung ist, die Steuerung ist, die Steuerung ist. Da haben sie mich getroffen. Ist auch mal geil, so aus dieser Expektive so zu spielen, ne? Guter Spaß. Wasser wäre jetzt ganz geil. Ich glaube auch ein Trankteil gesehen zu haben. So, nimm es doch endlich. Speicherpunkt wäre geil. Du, es läuft nicht ewig. Ach, da geht so gemütlich. Was soll ich denn hier machen? Tak-tak-tak-tak-tak-tak-takadukerland. Achso, ich weiß, was ich soll. Warte mal. Wird denn so viel Zeit, okay Ne, die kann ich nicht nehmen Vorsicht, das ist die Nebentaste Im Moment weiß ich ja gar nicht, was ich hier nehmen soll Oder kann Warum ist da so viel Zeit eigentlich? Guckt euch das an, das ist so langsam Ich soll dann hier etwa wieder hoch oder? Ich guck wieder nach Bis dann, bye bye Och Gott Hab ich auch das Gefühl Dass ich hier irgendwie hoch muss Naja ich guck mal nach Bis gleich Bis zum nächsten Mal Bits 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 Bits